Musik WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Genießen wir diese schöne Modelle und auch wir werden hier jetzt relativ ruhig sein, damit die Motors aus alles vermitteln wird. Untertitelung. BR 2018 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 Das Original, wie Sie gehört es ja nicht, wurde als Zugzeug konstruiert in Amerika und nach dem Ersten Weltkrieg waren unglaublich viele von den Kindern übertrieben. Und da es viele Piloten gab, aber wenig Arbeit, in der Zeit der Weltwirtschaftskrise, haben ganz viele dieser Piloten, die keiner mehr brauchte, aber die fliegen konnten, aber ansonsten gar nichts. Die haben völlig Piloten und dann losgegültig sind, die Maschinen mit 800 Euro gebraucht und sind dann in Amerika geingelt, als sogenannte Bahnstormers. Dann sind die übernommen gegangen und dann haben auf jeden Fall Feld in die Lande und dann konnte die Bevölkerung für ein paar Dollar da irgendwie mitfliegen. Vor allem mit dem Flugzeug und dem Flugzeug und dem Flugzeug. Und hier, da euer Applaus rufen, mit diesem Flugzeug, die nur langsam unterwegs waren, um Attraktivität und schwer Schau zu machen, haben wir dann Mädels mitgenommen, die ganz viel genug oder wenig Ehren haben. ... Ich will dann auch nur ältter propellen. ... so Vielen Dank.